Oh, passt ruhig nicht alles für die Prinzessin. Ein Glückstreffer? Nicht doch. Reicht auf, Entschuldigung, ausgefällt. Ausschließend sind die Fels, ich kann nicht aussteigen. Du bist ein ziemlich leichtes Ziel. Nicht doch ab! Setz sie weiter unter Druck. Nicht doch ab! Nicht doch ab! Ich brauche eine Rakete im Nacken. Davon habe ich noch mehr. Habt ihr diesen Schuss gesehen? Kommt schon, das können wir besser. Reißt euch zusammen. Halt die Augen nach diesem Raketen vor. Hier ist unsere Rakete. Kommt schnell her! Nein! Die Lambda-Fähre ist durchgebrochen. Feindliche Rakete gestartet. Aufpassen! Wiedersehen, Heimer kommt. Schüttel diese Rakete an! Schüttel den Fall-Signal an! Wer will noch mehr? Bist schwer getrunken! Vielsucht Rakete nähert sich! Der Falke hält das aus! Kommt schon, Baby, halt ruhig! Manchmal staun ich über mich selbst! Ich bin erledigt! 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 »Imperiales Geschwader nähert sich.« »Grün 5 ist Kampfbereiten.« »Gnerd, Schuss, 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 Schuss ab!« »Ein feindliches Transport-Chef versucht zu fliehen.« »Fangen wir ab!« »Ich halte die Begräge!« »Schwerer Beschocken! Schuss ab!« Hervorragend geschossen! Wir haben gerade einen G1-170-Transporter verloren. Vorsicht hinter dir! Du hast eine Rakete am Hals! Feindliche Einheiten nähern sich. Verstanden. Ich greife an. Ich bin getroffen! Ich bin f億 von mir. Das ist nicht so schön. Ich bin fähig. Ich bin fähig. Ich bin fähig. Es ist für mich ja zu sehen. Mir sind die Flachsinnung. Und du kannst nicht die Flachsinnung dich. Allerdings muss ich den Flachsinnung vorwem sein. Und du kannst wunderschöten Flachsinnung nicht bereitstellen. Die Flachsinnung ist gut. Untertitelung des ZDF, 2020